Aloha und weiter im Text mit Cursed Treasure Don't Touch My Gems. Im letzten Part sind wir am Bossgegner von Level 12 gescheitert. Das werde ich diesmal zu verhindern wissen. Denn beim nächsten Mal, wenn ich den Boss erreicht habe, werde ich gleich Frenzys bannen. Sofort. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Weil ich glaube, dann hätte ich es geschafft. Oder, ja. Nein, ich könnte jetzt analysieren, wie ich wollte. Ich weiß ja, wie ich es machen will. Ja, ja, ja. Lach du nur. Ich weiß, dass ich dich besiegen werde. Das war jetzt die RTL-Zweifel-Version von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Okay. Ähm. Hm. Muss gerade mal ein bisschen gucken, was ich jetzt hier eigentlich gerade baue. Da ich wieder ein klein bisschen verwirrt bin. Na, 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 na. Ich mag die Musik in diesem Spiel. Ich weiß nicht wieso, ich finde sie irgendwie cool. Und sie hat was. Sie hat was. So. Bei den ersten Waves mache ich mir noch gar keine Gedanken, was das Besiegen der Jäger, der GEM-Jäger angeht. Aber später. Wird schon haarig. Wenn man das so sagen kann. Gut. Weiter. Und ich lasse nicht zu, dass jemand, äh, hier versucht, meinen GEM zu stehlen. Okay. So. Ich baue hier schon mal alles frei. Hi. Hoi. Da ich ja möchte, dass hier dann auch alles geschützt ist. Vorsicht, Freund. Nicht zu nah an meine GEMs. Was ich übrigens sehr lustig fand. In einem meiner letzten Parts habe ich gesagt, dass niemand meine GEMs auch nur angucken darf. Und ich habe, glaube ich, vier oder fünf Kommentare bekommen, in denen mir gesagt wurde, hey, ich habe deine GEMs angeguckt. Und, 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 jetzt, und, jetzt, und, jetzt. Fand ich irgendwie doch amüsant. Und, ja. So. So. Ja, ja, lach mal. Sehr schön wäre es natürlich, wenn der eine Champion Feuer fangen würde. Ne? Das wäre ja besonders schön. Aber ich glaube, den Gefallen tut er mir nicht. So. Der ist ja noch einfach. Vor solchen Champions habe ich wirklich keine Angst mehr. Früher, als ich noch ein schwacher GEM-Schützer war. Ja, da hatte ich noch Angst vor solchen Gegnern. Aber so? Ne. Okay. Okay. Das ist Schnee hier. Finde ich sehr gut. Und wir lassen sie wieder durchlaufen. Oh, 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 oh. Leute, kümmert euch mal, ne? Hauptsache ums Nest herum beschützen. Muss ich mal kurz gucken. Upsa. Doch. Das, na? Hier. Ja, den nehmen wir noch mit. Einfach, weil wir es können. Weil der dann hier auch noch mittrifft. So. Jetzt wird es ja langsam... Naja. Ist zwar verschwendeter Einflussbereich, aber... Was tut man nicht alles, um seinen GEM-Nest zu beschützen? So. Ja, ja. Ähm. Ne, hier ist Gras. Finde ich gut. Okay, weiter geht's. Hier. Hm. Keine Lust, das nochmal durchspielen zu müssen. Nur wegen eines einzigen Bossgegners. Kann doch nicht wahr sein. Ne, 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 ne. Das lasse ich nicht zu. Ei, 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 ei. Weiter. So. Nehmen wir dich noch da hin. Und da kommt gerade ein Niesen angerauscht. Ich versuche es zu unterdrücken. Ähm. Upsa. Ja, noch kann ich es unterdrücken. Ich glaube, ich werde so ein bisschen kränklich. Ich bin mir aber noch nicht zu 100% sicher. Okay, dich möchte ich aufleveln. As soon as possible. Okay. Jetzt. Oder nie. Eure Chance, Leute. Eure Chance. Wow. 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 Warum lief das jetzt so schlecht? Vorhin war er doch fast down. Okay. Machen wir erstmal das nächste Level. Ich habe vorerst auch keine Lust auf 50.000 Versuche, von denen auch keiner funktioniert. So. Ja, läuft nur. Upsa. Das wollte ich nicht. Ich möchte hier einsetzen. Ich möchte hier einsetzen. Die ersten kann ich aufleveln. Ich möchte hier freiräumen. Freiräumen. Bauen. Bauen. Freiräumen. Wow. So, das war jetzt, glaube ich, der letzte. Nee, den einen Baum war hier noch. Oh, hier ist noch ein Manapol, den ich übersehen habe. Schande über mein Haupt. Da. Wow, der Ninja kam mir jetzt aber gefährlich nahe. Den habe ich gerade voll ignoriert. Okay. So und so. Ja, da war alles in Ordnung. Jetzt war ich gerade ein bisschen erschüttert. Weil ich schon dachte, ich hätte jetzt gleich am Anfang riskiert, dass jemand einen Gam berührt. Und es heißt ja, don't touch my Gams. So. Ja, dann machen wir die Reihe noch voll. Doch. So. Einfach nur zur Sicherheit. Schon alleine für die tollen Ninjas. Denn je mehr Treffer sie einstecken müssen, desto mehr Schaden werden sie am Anfang einbehalten. Äh, ja, ich kann heute nicht reden. Ich habe eine Präsentationsprüfung gehalten und rede deswegen ziemlich in dummen Sinn. Ich möchte dich da platzieren. Dich da und dich da. Dann bauen wir da noch frei. Hier könnte man frei bauen. Ich weiß nicht, kommt da noch was hin? Ja, da kommt ja was hin. Der kommt da noch ran. Wow, Leute, ihr seid ja ganz schön fleißig. Okay, so. Ich beschäftige mich hier gerade gar nicht mit den Gegnern. Weil die gar nicht bis zu mir hier hinten vordringen, wo ich mich gerade doch eingehend beschäftige. So, ach, hier, die kann ich ja auch schon aufleveln. Na gut. Mein Mana steigt ja wieder rasant an, nicht wahr? Deswegen kann ich mir das hier ja schon mal erlauben. So. Hm. Ja, da kommt dann gleich ein Boss-Gegner. Ein Champion. Ich nenne sie immer Boss-Gegner, aber sie heißen ja Champion. Doch. Sie heißen Champion. Ich kann das doch lesen. Ich bin doch des Lesens mächtig. So. Okay. Sehr schön. Wow. Das ging schnell. Wenn man mal einmal nicht hinguckt. So, dich möchte ich hier haben. Ja, lach du nur. Lach du nur, aber du wirst keinen meiner Gems bekommen. Keinen einzigen. Das sind meine Gems. Meine, 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 meine. Okay. Okay. So, dich möchte ich aufleveln. Sehr schön, wie die Türme sich hier vorne upgraden. Und hier sind sie alle noch auf Stufe... Also fast alle noch auf Stufe 1. Okay. So. So. Lalalalalalalala. Lalalalalala. So. Und weiter. Okay, weiter. Dich kann man upgraden. Und dich kann man upgraden. Und weiter. Und ich sollte mal meine Gems benutzen. Oh, ja. Wow, wow. Das war jetzt, glaube ich, beim letzten Mal verschwendetes Mana, aber... Lieber so als dann verlorene Gems. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Das war knapp. Das war unschön knapp. Zu knapp. So. Und ich sollte nicht mehr so viel Mana verschwenden. Okay. Aber es geht. Du bist auf Maximum... Ja, bei euch muss ich nicht mehr gucken. Ups, da ist ein Level 1, ja. Dem habe ich vergessen aufzuleveln, weil man das von hier nicht sehen kann. Den kann man von 1 bis Maximum sofort aufleveln. Wow. Das ging schnell. Upp, upp, upp. Upp, 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 upp. Weiter. Jetzt kann ich wieder mal ein bisschen abholzen hier. Damit es hier endlich mal zu ein bisschen Kohle kommt. Kohle im Sinne von Geld. Mäuse piepen Kohlen und so. Weiter. Oh, oh, oh. Hey, der ist einfach, der Paladin. Der ist der letzte Champion? Dann dürfte mir das... Brilliant. Ich sag lieber nichts. Sicher sein! Yay! Oh nein, jetzt habe ich reingesummt und weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, wie ich es wieder wegmache. Und... Ah, verdammt. Es sind drei Skill Points available, aber ich kann ja nichts mehr skillen. Es ist ja alles voll geskillt. Na gut, ähm... Ich schaue mir an, wie ich dieses Problem wieder beheben kann und... Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Cursed Treasure. Don't touch my games. Overry! Okay.